Da sind wir wieder und ich hoffe, ihr seid alle noch fit und gesund und motiviert. Das ist das Wichtigste. Also weiter hier am Ball bleiben und nicht den, ich habe das am Anfang mal gesagt, im ersten Video draußen vor der Tür, nicht den Sand in den Kopf oder den Kopf in den Sand stecken, sondern weiter volles Rohr hier weitermachen. So, gestern gelaufen, dann davor Stabi und davor war Zirkeltraining. Und das waren jetzt gute drei Einheiten. Wenn man die ordentlich gemacht hat, dann ist der Körper schon beansprucht. Und das ist auch unser Ziel hier vom Team Atlantis, euch einen Trainingsplan an die Hand zu geben, der chronologisch aufgebaut ist. Also nicht irgendwelche Übungen alles nacheinander abreißen und dann, ich mache irgendwas, sondern das hat alles, ja, ich hoffe, einen erkennbaren Sinn, den wir hier euch dann mitteilen. Wir wollen also Krafttraining machen, Kraftauftrauttraining machen, Beweglichkeit, Entspannung und Ruhe. Und heute, nach drei Tagen Training, auch das ist so eine Trainingsphilosophie, zwei Tage Belastung, ein Tag Ruhe, drei Tage Belastung, ein Tag Ruhe, wir müssen mal darauf kommen, auf diese Trainingssteuerung, immer Vollgas trainieren kann man nicht. Also man muss einen Makrozyklus und Mikrozyklus haben, also in kleinen Tagen trainieren, also Tag Belastung, Belastung, Entlastung, das auch wochenweise zu machen, dann mal eine Woche lang nur Entlastung oder auch zwei Wochen Belastung, wo man sich immer mehr anstrengt. Aber man kann jetzt nicht jeden Tag immer 100% trainieren und immer versuchen, in jeder Trainingseinheit besser zu werden. Das ist auch Schwachsinn, müssen wir gar nicht. Es gibt Tage und auch Wochen, wenn wir mal zurückschrauben müssen und sagen, doch, das mache ich mal wirklich weniger und regenerieren. Denn wir haben ja vor, lebenslang Sport zu machen und nicht für irgendeinen Wettkampf uns vorzubereiten und sagen, boah, da muss ich jetzt mal, keine Ahnung, eine 36 auf 10 laufen oder einen Radmarathon fahren oder einen Triathlon machen oder irgendein Gewicht hochheben. Das ist alles nett, aber nicht das, was wir eigentlich wollen, sondern wir wollen, das wollen alle Sportstudios, wir auch und alle Trainer, lebenslangen Sport. Deswegen ist Ruhe genauso wichtig. Super Kompensation, kennt ihr vielleicht alle oder habt ihr schon mal gelesen, könnt ihr mal nachgucken. Man wird eigentlich nur auf der Couch besser. Man wird ja nicht im Training besser. Besser wird man auf der Couch, beim Ausruhen. Aber nur auf der Couch bringt natürlich auch nichts. Wir müssen diesen Rhythmus haben, Belastung, Entlastung und dass man so ein Ziel hat, wo man eigentlich hin will. Deswegen für das Trainingstagebuch, das haben wir euch aufgeschrieben, ihr habt das, ihr habt einen Plan, also wir sind top vorbereitet, wenn ihr hier mitmacht, dann könnt ihr für die Zukunft und Trainingsteuerung, Trainingsplanung da vielleicht so ein bisschen was mitnehmen und nicht nur sagen, Beschäftigung oder ein bisschen Spaß gehabt beim Andi und beim Atlantis, sondern man hat noch richtig was gelernt. Also fragt auch nach, dann bin ich immer gerne bereit oder wir sind gerne bereit, euch auch mal so ein paar Fragen zu beantworten. Ob das Laufschuh ist, die man wirklich kaufen soll, wie man laufen soll, welche Geräte man machen soll, Ernährung, wie man sich belasten soll, Pulsfrequenzen, alles interessante Sachen. So, auch wieder genug geredet. Ihr merkt, meine Stimme ist besser. Ich rede mehr. So, ich habe wieder ein Utensil mitgebracht, ein Handtuch, auch wieder zum Dehnen. Das könnte auch ein Küchenhandtuch sein, aber ein breiteres ist also besser oder kann auch ein Band sein oder ein Schnürsenkel sein, wenn man nichts anderes zur Hand hat. Also das ist schon möglich. So, ihr seid 7 bis 15 Minuten aufgewärmt, locker auf der Stelle. Auch das ist wichtig, dass man sich immer so ein bisschen aufwärmt. Auch die Frage kommt, was mache ich zuerst, wärme ich mich zuerst auf oder dehne ich mich zuerst, wenn ich den ganzen Tag rumgelaufen bin und komme nicht direkt aus dem Bett oder direkt aus dem Bürostuhl, ist man eigentlich warm. Also schon, wenn ich hier vom Parkplatz gehe, die Treppe hoch, mich umziehe, habe ich schon so viele Bewegungen gemacht, die dann nicht sagen, dass ich gerade steif aus dem Bett aussteige. Also macht euch keine Sorge, wer den ganzen Tag im Büro oder auf der Baustelle oder whatever gearbeitet hat, der hat sich schon bewegt und der muss jetzt nicht sagen, ich komme ja völlig kalt irgendwoher. Wenn man natürlich sich spezifisch vorbereiten soll, muss man auch machen, 7 bis 15 Minuten. So, heute habe ich gesagt, dehnen. Auch hier halten wir unsere Frequenz bei 5, 30, 60, 90 Sekunden. Ich fange heute mal im Sitzen an. Oberschenkelmuskulatur, Rückseite. Ihr versucht, die beiden Händen mal die Füße zu berühren. Ich weiß, die meisten sagen, boah, Andi, das kann ich nicht. Das ist auch egal. Dann kommt halt nur hier hin. Ihr nehmt eure 100% Erdehnung. Aber achtet mal auf meine Knie. Ich habe jetzt nicht versucht, meine Füße zu berühren. Boah, schaffe ich? Das ist ganz nett. Das sehe ich immer wieder in den Kursen und auch im Personal Training. Es ist einfach besser. Ihr bleibt gerade. Abnet ein, ihr seid aufgewärmt und geht jetzt nach vorne. Die ersten 2-3 Mal kann man ruhig leicht vorschieben. Man kann das ruhig auch dynamisch machen. Und immer, wenn ihr vorgeht, das habe ich schon mal gesagt in den vorigen Videos, atmet ihr aus. Die Atmung ist beim Dehnen ein ganz wichtiger Faktor. Wie wir es beim Sport oder auch im Alltag zur Ruhe kommen, die Atmung total unterschätzt wird. Wäre ein anderes Thema. Jetzt gibt es auch bessere, die das besser erklären können als ich, was Atmung betrifft. Aber Atmung ist ganz wichtig. So, jetzt seid ihr in dieser Position angekommen. Jetzt atmet ihr ein. Kräftig in den Bauch. Ihr atmet kräftig aus. Euer Gesicht ist entspannt. Der Körper ist entspannt. Ihr kommt nach vorne. Und lasst euch jetzt von der Erdanziehungskraft nach unten ziehen. Das erhaltet ihr 30, 60, 90 Sekunden. Ihr atmet dabei weiter. Und in jeder Phase, wenn ihr ausatmet, geht ihr ein Stück weiter nach vorne, bis ihr die Endposition erreicht habt. Und diese Endposition, die wird dann in diesen 30 Sekunden gehalten. Ihr kommt aus jeder Dehnübung langsam nach oben. Man kann 90 Sekunden ruhig eine Übung halten. Das ist für die Muskulatur eine tolle Sache, wenn man Zeit hat. In den Kursen bei 45 Minuten kann man natürlich nicht fünf Übungen oder sieben Übungen an 90 Sekunden halten. In so einem Powerkurs, dann ist der Kurs ja vorbei. Innenseite Oberschenkelmuskulatur. Adduktor. Bleibt seitlich. Beim Dehnen würde ich auch Folgendes machen. Zieht euch da auch warm an beim Dehnen. Dass es gar nicht kalt wird. Auch hier atmet ein und atmet aus. Haltet den Oberkörper gerade. Geht nach vorne. Spürt jetzt die Dehnung in den Adduktoren. Meine Hände wandern jetzt zu den Fußgelenken. Mein Ellbogen geht zum Knie. Ich drücke das hier drauf. Wenn ihr jetzt das mit euren Kindern macht, das sogar kein Problem ist, könnte jemand vorsichtig auch mal von hinten drücken. Das ist also kein Problem, wenn ihr es mit zwei Leuten macht. 30, 60, 90 Sekunden. Hätte ich jetzt eine Partnerin hier oder einen Partner, könnte der vor mir sitzen. Ich kann aber auch jetzt mein Handtuch nehmen und jetzt kann ich mich selber nach unten ziehen. Wenn ich jetzt das an den Fußballen oben ansetze, dann merke ich das extrem in der Wade. Und wenn ich jetzt ausatme und komme runter, nehme mein Kinn, Brust und merke plötzlich, wie meine Rückenmuskulatur doch total verspannt ist. Das bis sie den Rücken runterzieht, halte ich das und komme nach oben. Auch dreimal, gleiche Zeit. Natürlich gibt es Varianten. Wir können, kann man das sehen, ich hoffe ja, linke Beine gestreckt, rechte Beine angewinkelt, ziehen euch mit ein Bein nach vorn, wieder halten. Was bei einer Seite immer betrifft, was ich sehr gut finde, ist, hier sehe ich vielleicht eine Dysbalance nach links komme ich weiter runter, rechts nicht. Was ist denn das? Deswegen ist das eine gute Sache, hier runter zu kommen. Und ich merke, dass mein starkes Bein rechts verkürzter ist, dass ich eher hier eine Dehnschmerz merke. Schmerz in der Muskelbelastung ja, Gelenke immer nein. So, das war schon mal Oberschenkelmuskulatur. Rückseite, Mobilisation, Fußgelenke, kommt man immer zu kurz. Ich habe ja gesagt, das seht ihr ja, ich habe immer, also außer beim Laufen, mache ich fast alles in Socken. Hierbei der Hinweis ist erlaubt, auf so einem Boden Rutschsocken natürlich nehmen. Aber Fußgelenke zu bewegen, immer ein ganz wichtiges Thema. Wir haben die Vorderseite gemacht, jetzt werden wir uns auf dem Rücken legen. Wir bleiben gleich in der Position, strecken uns. Das Handtuch brauche ich gleich noch. Der Schneeengel, den kennt ihr, der achtet mal hier auf meine Hände. Ich möchte also in der ganzen Phase immer den Unterarm, schaffe ich nicht ganz, aber ich schaffe meine Hand auf dem Boden zu lassen. Und hier, das ist immer dieser Punkt, wo ich merke, hier brauche meine Schultermuskulatur, wenn ich viel Liegestütze mache, die Dehnung nach hinten. Wir wollen den Brustkorb öffnen, einfach eine gerade Haltung zu bekommen und wieder Disbalancen abzufedern und abzumildern. Bandscheibenvorfall gibt es natürlich auch, klar, aber das meiste sind wirklich muskuläre Verspannungen. So, rechter Fuß, linkes Bein, mehrere Varianten. Ihr könnt das linke Bein anheben, ihr könnt aber auch durch das Bein greifen, nach hinten ziehen, Kopf bleibt, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule. Ihr atmet tief ein, aus und haltet wieder 30, 60, 90 Sekunden lösen. Das ist natürlich auf beiden Seiten, ich mache das jetzt schneller vor, hoch, einatmen, ausatmen und spürt jetzt hier Gluteus Maximus, Gesäßmuskulatur. Ihr könnt natürlich die Fußspitze anziehen dabei, ihr könnt die Fußspitze strecken. Also was das betrifft, kann man den Körper in den normalen Bewegungsformen bewegen und nichts falsch machen. Wir wollen weder beim Dehnen reißen, noch ziehen, das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen halt beim Dehnen ganz statisch und in Ruhe arbeiten. Absetzen, auch hier kann man mal das Handtuch, für die Leute, die fit sind, zum Einsatz bringen. Fuß nehmen, ab, jetzt könnt ihr euch ablegen und jetzt kann man mal den Fuß nach hinten ziehen. Ihr könnt das aber auch, wenn das geht, nach hinten machen, so. Und jetzt hat man mit dem Handtuch oder Seil oder dem Schnürsenkel eine gute Variante, mal seine Dehmposition auch zu verbessern. Wir machen das ja im Laufen auch so. Wir laufen dann schneller. Wenn wir natürlich mal keine Hilfsmittel nehmen und versuchen, auch hier mehr Bewegung reinzubekommen, wäre es ja eigentlich blöd. Kann man ja machen. Wieder darauf achten, keine Schmerzen im Gelenk, bleibt gerade liegen und zieht euch zurück. Fußspitze anziehen und jetzt merkt ihr, ich komme ja viel weiter und jetzt habt ihr eine schöne Spannung nochmal. Und dafür ist so ein Handtuch eine tolle Sache. Wir haben trainiert, Rückseite. Und das muss ich immer wieder machen. Immer wieder. Ihr wisst das, diese Teile aus dem Yoga kommt vor und kommt zurück. Die Klapperschlange, nein, die Kobra, ich weiß das. So, und dann gehen wir, das machen die meisten am liebsten, die Hundeliebhaber, in den herabschauenden Hund. Also hier bleibt ihr auch. Schaut mal, meine Ferse geht zum Boden, ist gestreckt, wird den aber immer jetzt noch, noch die Rückseite. Ihr könnt langsam den Kopf nach links und rechts bewegen. Alle Übungen mit dem Kopf, da wird nichts gezogen, auch ohne Handtuch. Beim Kopf wird nichts gemacht. Ganz vorsichtig. Bleibt so. So, Muskelkette, vordere Seite. Versucht euch einfach mal hier hinzusetzen. Wir haben schon meistens die große Schwierigkeit mit hier zu sitzen und zu sagen, oh, kann ich mich eigentlich hier hinsetzen? Geht das überhaupt? Halte ich die Spannung durch? Das ist schon die erste Dehnübung, die gar nicht so einfach ist. Da kann man sich die Beine weiter auseinander machen und auch sich da zwischen seinen Füßen sitzen. Jetzt kommt meine absolute Lieblingsübungen. Ihr geht nach hinten, auch halten. Ihr könnt das wieder mit Atemzüge machen oder ihr könnt auf eine Uhr schauen. Aber 30 Sekunden ist immer schwierig einzuhalten, wenn man keine Uhr hat. Deswegen ist Atemzüge, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, eine tolle Sache, als wir Stabi gemacht haben. Auch hier nach oben gehen und im Dehnen halten. Und ihr merkt jetzt plötzlich die ganze Muskelkette vorne, wie hervorragend die gedehnt wird. So, jetzt nehme ich nochmal das Handtuch, Schultermuskulatur, haben wir auch schon mal gemacht. Bleibt locker, ihr seid warm, wieder weist nochmal drauf hin, ihr habt euch bewegt. Jetzt gehen wir mit dem Handtuch nach hinten. Ich mache das seitlich vor und versuche mal so nach hinten zu kommen. Wenn ich nach hinten komme, ist das kein Problem. Gummibänder sind natürlich hier eine tolle Sache, weil man mit dem Gummiband halt einfach auch ein bisschen mehr Flexibilität bekommt. Sehr schön, wenn man hier in dieser Position halten, ihr merkt jetzt hier in dieser Position, wenn ich hier bin, Brustmuskulatur, jetzt öffnet sich natürlich meine Brustmuskulatur und auch 30, 60, 90 Sekunden halten. Haben wir auch schon mal gemacht, wiederhole ich nochmal. Schaut mit dem Handtuch, immer eine tolle Sache, Schultern hier rein, genau, und jetzt zieht ihr euch hier nach oben, genau. Das kriegt man ohne Handtuch gar nicht hin, auch ohne Seil, das so zu machen. Von daher haben wir heute nur Dehnen auf dem Programm, atme tief ein und tief aus. Beide Seiten natürlich wechsle ich und hier merkt ihr auch, habe ich auch schon einmal angesprochen, ihr habt hier eine Schokoladenseite, ich auf jeden Fall, merke das eindeutig. Keine Schmerzen reinbringen, im Gelenk, nur im Muskel und ihr merkt plötzlich, so weit geht meine Schultern nach oben. So, auch nichts Neues, aber immer wieder effektiv finde ich, Handtuch nehmen, nach innen habe ich das letzte Mal, glaube ich, gelegt. Jetzt zieht ihr, bleibt gerade und lasst die Schulter runterziehen, ihr habt das jetzt von der Seite, kann man das sehen, macht das mal von hinten vor. Ihr habt jetzt rechter Arm, der ist stramm und ihr geht nach links runter, dass ihr hier in dem Bereich, schauen wir in die Kamera, in dem Bereich die Dehnung merkt. Kopf habe ich schon mal gesagt, am Kopf, bin ich eigentlich kein Freund von dem groß zu ziehen, drückt einfach das Ohr Richtung Schulter, dann ist das schon in Ordnung, wenn ihr hier festhaltet. Natürlich auch auf beiden Seiten das macht, jawohl, zu beiden Seiten kommen und halten. Jede Übung dreimal 30, 60, 90 Sekunden. Und dann, als letztes, müssen wir irgendwo hinkommen, ich glaube, ich bin jetzt warm, hoffe ich. So, also, ich mach das mal vor, hoffe ich, sie sehen meine Beine noch gerade aus, dass es nicht so schief aussieht. Jetzt bleiben die Beine gerade, auch zu Hause mit den Kindern könnt ihr das mit allen machen, meine Beine bleiben gerade. Jetzt geht ihr runter, Hände gehen vor, hier sind die Hände schon auf dem Boden, hier. Und jetzt geht ihr über den Boden nach vorne und jetzt gehen die Füße, gehen jetzt hinterher. Die Füße gehen zurück und ihr geht, und dann kommt ihr aus der Position, könnt ihr euch wunderbar nach oben ausrollen. Und streckt euch mal nach vorne. Letzte Übung. Beinmuskulatur, schulterbreit stehen bleiben und ihr versucht mal, ich mach das mal von vorne, glaube ich, vor, so. Ihr seid schulterbreit, ein bisschen mehr habe ich, noch mehr. Ihr geht mal nach unten, bleibt jetzt hier, Füße sind auf dem Boden, ich hoffe, das sieht man. Und bleibt gerade, ich mach das seitlich vor, so, guckt mal, bleibt jetzt hier gerade stehen, so, jawohl. Gerade bleiben, halten, ihr könnt hier ein wenig wegdrücken, sehr gut. Jetzt nochmal Hände auf dem Boden, nach oben kommen und ihr seht, schaut mal, ihr seid hier so beweglich, dass die ganze Hand auf dem Boden ist, Füße auch, Knie sind gestreckt. Und wenn ich das hinkriege, dann ihr erst recht. So, ich hoffe, ihr habt euch Spaß gemacht. Wir haben Zickeltraining gemacht, wir haben Stabby gemacht, wir sind gelaufen, heute gedehnt. Ich habe mich bei allen bedankt, bei euch auch. Und ihr denkt nochmal dran, die Zeit ist noch nicht vorbei, wir müssen noch ein bisschen vorsichtig sein. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns morgen wieder. Euer Team Atlantis und der Andi.